Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Solus Project. Ja, jetzt hat es mich mal wieder gerissen zu spielen. Dieses Game, das hat mich doch jetzt schon mal wieder gejuckt. So, als kleine Hintergrundinformation, wer das Spiel noch nicht kennt, der darf sich gerne mal ja, so mal ein Let's Play angucken. Ich habe hier eine schöne Playlist. Nur Kurzinfo, wir sind bruchgelandet auf einem fremden Planeten. Wir versuchen gerade irgendwie, ja, einen Sender wieder zusammenzubauen, um nach Rettung zu rufen. Und während wir das machen, entdecken wir hier eine fremde Zivilisation auf diesem Planeten, die doch etwas obskur ist. Und was ist das da? Ähm, ja. Und lösen hier einige Dinge ins. Was ist jetzt das hier, bitte? Achso. Aha. Was habe ich denn hier jetzt gemacht? Ich habe irgendwas gelösert. Äh, gelösert. Was? Was muss ich nochmal machen? Warte mal. Benutzen, craften. RT. Habe ich doch. Was habe ich denn gecraftet? Was kann ich denn hier craften? Achso. Ach nee, das ist ein Speicherding, oder? Kann das sein? Ich gucke gerade mal. Ach, das war ein Speicherpunkt. Okay. Gut. Weiter im Programm. Das können wir jetzt mal wegmachen. Oder warte mal. Das. Ach, hier geht's lang. Das ist unser Ziel. Zielpeilung. Und ich spiele jetzt mal mit Gamepad. Die ganzen letzten Folgen habe ich mit Maus und Tastatur gespielt. Ähm, was ist das? Erlöst. Gang der Dunkelheit. Ja, okay. Gang der Dunkelheit. Wir haben hier eine Fackel. Und es ist ziemlich kalt. Und ich kriege bald wahrscheinlich Durst und Hunger. Und... Okay. Hoppala. Was ist das? Drei Artefakte. Ein Relikt des Tages. Eins der Nacht. Eins der Nahrung. Wasser. Leben. Äh... Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ähm... Ich kann eigentlich die Fackel mal wegstecken. Es ist ja eigentlich jetzt nicht so dunkel hier. Es ist ziemlich kalt hier. Fünf Grad. Was ist das hier? Okay. Schwierig. Was kann ich denn hier machen? Weil Zielpeilung geht nämlich hier raus. Ähm. Hallo? Ähm. Habe ich denn irgendwas, womit ich das... Vielleicht kann ich das damit aufprügeln. Nein? Oh. Was habe ich gemacht? Oh, das Ding kann ich schieben. Ich schiebe das mal... Äh. Alter, ich sehe nichts. Ich glaube, ich brauche doch mal... Was ist meine Fackel hier? Aha. Ah, Essen. Können wir mal doch was essen hier. Ja. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Das war das mit diesen... Ähm... Dingens hier... Hallo? Ich möchte gerne hier runter... Hallo? Nee. Ach, ich muss die Säulen verschieben. Ah. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie da rüberkommen. Und welche verschiebe ich da am besten? Ist das zu dunkel? Oh Gott, das ist ganz schön dunkel hier. Okay, schwierig. Schwierig. Huch. Was ist denn jetzt kaputt? Was ist das hier? Na? Nüscht drin. Was ist das hier? Ein leeres Paket. Schmeiß weg das Ding. Hallo? Schmeiß weg das Ding. Nix. Auch nix. Ist ja nicht grad viel. Aber reicht das nicht, wenn ich einfach hier so... ...das doch so rüberschiebe? Reicht das nicht zum Springen? Ich kann doch relativ weit springen. Na komm. Na komm jetzt. Was? Muss ich was saufen? Okay, was hab ich denn hier zum Trinken? Äh, Kraftnahrung? Nö, ich wollte eigentlich was trinken. Moment. Es ist schwierig mit dem Dings... Leere Flasche? Scheiße, ich hab kein Wasser mehr. Verdammt. Was ist denn das? Eine Saffendose. Was ist das? Eine Pflanze. Die könnte ich eigentlich mal konsumieren. Okay, das ist ja nicht gerade viel. Ich glaube, ich nehm noch eine. Ja, das ist schon besser. So. Äh. Alter, schieb doch Ding. Oh, ich häng hier fest. Ich schiebe. Äh. Super. Ich seh verdammt viel. Ich glaub zum Springen... Naja, könnte aber reichen, theoretisch. Aber wie soll ich denn darüber kommen? Hä? Auf die Statue vielleicht? So, zum Springen ist wahrscheinlich echt zu weit, ne, oder? Naja. Aber ich hab doch so ein... Wartet mal. Ich hab doch... Ich hab doch einen Teleporter. So. Kann ich mich nicht da drauf teleportieren? Nein! Scheiße. Ich wollte es auch da drauf machen. Nein! Verdammt. Genau. Jetzt kann ich mich da rüber teleportieren, oder? Kann ich nicht das Ding da oben hin? Ein bisschen höher. Noch ein bisschen. Okay, dann nicht. Scheiße. Aber... So, kann ich mich jetzt darüber teleportieren? Theoretisch. Wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Wie ging das nochmal? Okay, pass auf. Verdammt. Geh noch ein bisschen vor. Nein! Reicht nicht. Reicht nicht. Ah, verdammt. Nein! Aber ich könnte es ja mal so machen, dass ich springe und dann... Ha! Okay, pass auf. Nein. Verdammt. Äh. 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 Cool, das funktioniert. Geil. Okay, pass auf. Perfekt. Oh, nein. Verdammt. Ja, das ist ein bisschen eicher an der Kante. Sonst falle ich noch runter. Perfekt. So, und jetzt da hoch. Verdammt. Äh. Ich spring mal. Könnte klappen. Ist das geil? Mensch, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Nix drin. Was haben wir hier? Nix. Was sieht es denn aus? 1,3 Wasser. Äh, was? Ja, Kalorien sind in Ordnung, aber ich müsste echt mal was trinken. Uah, Alter. Speichern. Mach ich mal. Ha! Schön. Oh Gott, ist hier dunkel. Oh, fuck. Gang der Dunkelheit 2. Warte. Da es hier so dunkel ist. Halt. Einmal die Fackel rausholen. Alter, was ist das denn? Alter, vor die Fallen. Willst du mich... Alter, was ist denn das? Bitte was? Kleiner Arsch. Oh, das ist eine Sprengfalle. Oh, ihr kleinen Säcke. Ihr kleinen Säcke. Nein, nicht dahin. Nee, ich will es ein bisschen weiter. Da so. Nee, dann ist es ja mittendrin. Warte. Ja, hier ist gut. Okay, nächste Falle. Was ist das? Ich scanne. Crafting Item benutzen. Ich habe kein Item. Stimmt, man kann ja irgendwas craften. Was ist das? Gang der Dunkelheit. Zwei von drei. Okay. Will ich da rein? Muss ich da rein? Ich glaube, ich gucke erst mal hier... Oh Gott, es ist verdammt kalt. Wartet mal. Ich denke da echt nicht dran. Aber ich kann mich zumindest mit meiner Fackel auch ein bisschen aufheizen. Hallo? Oh Gott, ich habe Schlafmangel. Was heißt das jetzt, wenn ich Schlafmangel habe? Und das Fallen? Ich habe Angst. Oh, Wasser. Ja, ja. Ich trinke mal was. Ich trinke noch mehr. Und wie sieht es aus? Passt jetzt? Jawohl. Passt alles. Aber ich habe leichten Schlafmangel. Hallo? Wartet. Ich habe einen Hammer. Hammer, hammer hart. So, pass auf. Nein. Okay, das war es nicht. Na, hallo. Hallo. Ich möchte gerne... Hallo. Was ist denn das? Ich möchte... Das... Kann ich das dann nicht da irgendwie so da durchwerfen oder so? Nein. Geht nicht. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich bin mir echt nicht sicher. Deswegen porte ich mich mal dahin. Okay, hier ist aber echt nix. Ich teste es. Keine Falle. Okay. Ich sehe nix. Aber hier ist auch nix. Schwierig. Wie komme ich denn hier rein? Hm. Hallo? Irgendwann zu Hause? Was war das? Ja, ich weiß, dass ich Schlafmangel habe. Ich würde ja auch gerne mal schlafen, aber es ist schwierig momentan. Was ist denn das alles hier? Komme ich hier auch rein? Was ist das? Ach, da hinten ist ein Schlafplatz. Sehe ich gerade. Äh, warte. Ich will was testen. Nein. 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 Ich habe gehofft, ich kann das Ding da reinwerfen. Oh. Was ist das hier? Entzündbar. Mach mal. Licht ins Dunkel. Aber das ist jetzt auch nicht gerade viel. Ähm. Was ist das hier? Kann gefüllt werden. Benötigt Alien-Nahrung. Brauche ich nicht. Ja. Jetzt noch mal ein Stückchen Wasser. Nehme ich. Wer weiß, wann ich mal wieder einen Schluck Wasser kriege. Boah, ich brauche einen Schlafplatz. Oder irgendwie. Das ist wie eine Pyramide hier. Kann ich das aufmachen? Oh. Äh. Was war das? Irgendwas hat sich jetzt hier bewegt. Ich höre irgendwas. Das klingt wie eine Tür. Was ist das denn? Ernster Schlafmangel. Ja, du bist lustig. Äh, was ist das? Will er ein Item aus? Ich habe kein Item. Objektiv Reminder. Locate Materials for Satellite Uplink. Wie soll ich denn jetzt schlafen? Ich kann nicht schlafen. Ich habe leider keinen Schlafplatz oder so. Zumindest suche ich gerade ein. Aber irgendwie ist hier alles zu. Kann ich nicht hier schlafen? Hier, komm. Hier, komm. Ich schlafe hier. Was ist das? Brennbar. Ich könnte doch theoretisch einfach hier schlafen, oder nicht? Schlafe. Okay, ich möchte gerne jetzt schlafen. Wie ging denn das bitte? Ich gucke gerade mal. Nee, das ist... Ich habe keine Ahnung. Wie kann man denn schlafen? Ich weiß es nicht. Ach so. So kann ich schlafen. Okay, pass auf. Ich haue mich jetzt mal hier aufs Ohr. Gute Nacht. Ich schlafe mal... Acht Stunden. Hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja. Gute Nacht. Und dann trinke ich auch schon mal ganz heimlich hier einen Schlückchen Kaffee. Ah, schon wieder morgen. Entschuldigung. Ja, wunderbar. Danke. Ich habe gut geschlafen. Was das? Keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal. Äh, ja. Was haben wir denn hier? Hier kann ich irgendwas reinstecken? Schlüssel benötige ich. Ich habe keinen Schlüssel. Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Wo kriege ich einen Schlüssel her? Vielleicht irgendwo in der Kiste drin. Noch so ein Ding, was das denn? Nein, will ich nicht. Ich will nichts. Kraften. Geh weg. Ein Messer. Nix drin. Ja, toll. Schlüssel. Wo kriege ich jetzt einen Schlüssel? Kann ich da? Nein, ich brauche wirklich einen Schlüssel. Ich habe aber keinen Schlüssel. Okay, hier geht es nicht weiter. Hallo? Gut, das ist weh, wenn ich da runterspringe. Wahrscheinlich, ne? Au! Okay, das tat ein bisschen weh. Entschuldigung. Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? War hier nicht eine Treppe? Hier. Hopp. So, das ist gut. Muss noch weiter runter. Was ist hier? Nix. Hier ist ein Stein. Kann ich was craften? Was ist das hier? Aha. Okay, jetzt weiß ich. Okay, alles klar. Och, scheiße. Jetzt muss ich wieder hoch. Irgendwie nervt mich ein bisschen die Fackel hier. Komm, rennen wir ein bisschen schneller hier. Halt. Trink mal einen Schluck. Ja, essen muss ich jetzt noch nicht. So, wo war denn das jetzt mit dieser Schwerenplatte? Nein, hier war es nicht. Ich glaube, das war oben, ne? Okay, warte. Hier, glaube ich, war das, ne? War das hier? Verdammt, jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Hallo? Hier war das, ne? Nee, hier war das nicht. Hey, warte mal. Hier war es. Okay, wartet. Ich habe doch das schwere Ding hier. So, und das lasse ich jetzt mal fallen. Reicht das? Hey, das reicht. Benötigt Werkzeug. Ich probiere mal das. Ach, guck an. Das geht? Was habe ich jetzt gemacht? Was ist das hier? Stein? Verdammt, ich... Was habe ich jetzt gemacht? Verdammt. Was habe ich jetzt bewegt? Es hat sich auf jeden Fall irgendwas geöffnet, glaube ich. Ich glaube es. Hier geht es doch noch höher. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Okay, hier ist ja super viel. Hä, da war ich doch schon. Hä? Schwierig. Okay, warte mal. Schlüssel. Habe ich nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Was habe ich denn jetzt gemacht, bitte? Ich bin irritiert. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Hä? Das kann ich jetzt auch nicht mehr. Doch, kann ich. Ach, nein. Ich vollpfosten. Jetzt habe ich es gesehen. Halt. Warte. Das ist offen. Gott, wie blind. Ah, ich habe aber noch einen. Moment. Ähm. So. Höh. Oh nein, ich brauche wieder so ein schweres Ding. Kacke. So. Was? Rundes Verhungern. Ja, Moment, ich esse gleich was. Wo habe ich denn das schwere Ding jetzt hier? So, fallen lassen. Gut, der Herr, dann esse ich halt jetzt mal. Ich habe jetzt so eine richtige gute Kraft. Na, hallo, na, hallo. Mal essen. Jawohl, Kalorien ist auch gut. So. Was hat denn das jetzt gebracht, dass das da drauf ist? Jetzt geht das dazu. Das geht auf. Ich verstehe es nicht. Gib das Ding mal her. Irgendwas bewege ich hier. Was ist das hier? Ach, jetzt geht das auf. Okay. Was passiert, wenn ich das da drauf mache? Was? Was bringt denn das? Was bringt denn das? Also irgendwas mache ich ja auf. Na, 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 hallo. Scharfer Stein. Ähm, ich nehme das. Dann lasse ich das fallen. So. Jetzt ist das offen. Warum ist das jetzt offen hier? Was hat das denn jetzt gebracht, bitte? Ist das drunter was? Hoppala. Kann das sein, dass das drunter ist? Weil hier ist ja ein Knopf. Okay, wenn ich jetzt... Oh Gott. Komme ich denn da am besten runter, ohne dass ich mir jetzt wehtue? Wahrscheinlich durch die Treppe. Na gut. Ein Stückchen Wasser kann nicht schaden. Okay. Äh, nee. Wo war denn das? Ich guck nochmal hier. Irgendwas muss ich ja... Das muss doch irgendeine Tür gewesen sein. Äh, äh, äh. Was? Ich, äh, weiß es nicht. Na. Oh, toll. Das war doch nun wirklich nicht hoch. Was ist denn eigentlich das hier? Guck mal rein. Hier ist irgendwas zum Scannen. Hallo? Lichtkristall. Ach, ein Lichtkristall. Okay. Schön. Ach, ich habe hier noch ein Ding. Das nehme ich mal mit. Hier ist was zum Essen. Weiß der Teufel, wie lange das schon hier ist? Aber sonst ist hier gar nichts. Okay. Halt. Hä? Das klingt jetzt wie eine Tür. Habe ich mir das da eigentlich schon mal angeguckt? Gebaut auf Galea im dritten Jahr nach dem Exodus auf der Inselgruppe der Dämmerung. Okay. Schön. Das ist, äh, sehr schön. Bringt mir nur nichts. Weil ich nicht weiß, wo ich hin soll. Verdammt. Also hier unten ist aber nischt. Es muss irgendwie so eine Art geheimen Durchgang geben. Vermute ich jetzt mal... Warum sind hier Hände? Warum sind hier Hände? Ihr habt sicherlich bestimmt schon die Lösung. Oder? Ich werde mit euch. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Was soll denn das sein? Also hier kann nichts sein. Hier ist noch meine Disc. Das ist nur der Stein. Warum renne ich denn jetzt so schnell? Okay, wir gucken jetzt noch mal hier drin. Was ist das? Das hatte ich ja noch gar nicht. Die Himmelswesen haben ihr großes Werk begonnen. Ich kann den Ruf der göttlichen Offenbarung hören. Ich glaube, dass wir alle von ihrer unendlichen und tiefgründigen Weisheit profitieren werden. Bäh. Hallo? 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 Was ist denn eigentlich, wenn ich ... Pass mal auf, ich hab ne Idee. So, und jetzt ganz schnell da durch. Na! Das bringt doch mal gar nichts. Das ist voll so ein Arsch. Ach! Hör mir auf! Oh, da muss ich jetzt echt jetzt ohne Scheiß ... Ich geh kaputt. Ich geh kaputt echt ohne Scheiß. Es leuchtet nämlich das komische Ding hier. Was soll ich denn das machen, bitte? Ich brauche hier auch schwere Sachen, aber da hab ich nichts. Das hab ich auch noch nicht. Ich bin Kur von den Erleuchteten, gesalbt von Utoku. Ich habe die Himmelswesen vor vielen Monden hinabsteigen sehen. Ich bin ihr Botschafter. Ich werde ihr Wort der Hoffnung verbreiten. Oh, schön für dich. Habe ich noch irgendwas, was ich da draufstellen kann? Hier, Stein. So. Reicht das? Ohne Scheiß, das reicht. Ich hab so einen verkackten Stein da draufgestellt. So einen verkackten Stein hab ich da draufgestellt. Okay. Das reicht auch. Jetzt fehlt mir bloß noch einer. Das heißt, ich brauche einen verkackten Stein. Hallo? Hallo. So. Verdammt, jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Was war das jetzt? Okay, ich brauche einen Stein. Ich brauche ganz schnell einen Stein, verfluchte Scheiße. Boah, ein verkackter Stein. Hier. Nein. Nein, die Tür ist ja schon offen. Warte mal. Okay, was ist das? Der Schlüssel. Geil. Nahhaft nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Die kann ich nämlich dann unterwegs alle essen. Was ist das hier? Maximal Gesundheit plus 25. Oh, geil. Ich habe die Lösung. Und ich habe es bloß ein bisschen länger gebraucht. Aber ich habe den Schlüssel. Bibi. Schlafmangel schon wieder. Na toll. Oh, Leute. Okay, passt auf. Ich werde mich hier einfach mal hinlegen zum Schlafen. Und wie es weiter geht es in der nächsten Folge. Und Allmächt habe ich jetzt eine lange Folge gemacht. Allmächt, na. Jetzt kommt der Frankische wieder durch. Gut, ich werde mal eine Runde schlafen. Und ich penne dann mal. Gute Nacht. Was? Gescheitert? Zu warm? Willst du mich verarschen? Soll ich denn dann schlafen? Okay, warte mal. Ich habe doch unten da so ein schickes Bettchen gesehen. Moment. Nein, hier nicht. Das war so richtig gemütliches Bettchen. Hier, guck mal. Hier ist doch schön. Wir schlafen jetzt einfach hier drin. Ist das gut? Ja, sehr gut. So. Und dann gute Nacht. Schnarch. Sch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020